Die RKI-Protokolle, es wird immer abstruser, es wird immer hanebüchener, was jetzt herauskommt und es wird jetzt in naher Zukunft hier Rücktritte geben müssen, auch wenn Herr Lauterbach das bis heute absolut nicht einsieht und sich lieber mit mehr Polizei vor seinem Ministerium beschützt. Es geht darum, dass sie einen Teil der Bevölkerung in Internierungslager stecken wollten. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt jetzt hier wieder neue Details aus den geleakten RKI-Protokollen, ihr müsst wissen, es sind über 2000 Seiten. Es gibt einige Leute, die das komplett analysieren und dann immer Stück für Stück was an die Öffentlichkeit fördern. Ich habe leider nicht die Kapazität, diese 2000 Seiten einfach mal an einem Vormittag durchzulesen und zu studieren. Wir sind im Oktober 2020, da gibt es eine Sitzung des Robert-Koch-Institutes, auf der wird dann hier diskutiert. Warum denn in China die Fallzahlen teilweise zurückgegangen sind und ob wir denn nicht das chinesische Modell auf Deutschland übertragen können. Das besonders Interessante ist jetzt folgender Satz. Im RKI-Protokoll, dort heißt es, bei den Fallzahlen in China ist zu beachten, dass es sich um offizielle Zahlen der Regierung handelt. Da frage ich mich nur, okay, aber was wollen Sie damit suggerieren? Es handelte sich in Deutschland auch um offizielle Zahlen der Regierung und wir wissen inzwischen nach dem Leak der ganzen Protokolle, dass sie mit den nach oben gefahrenen Testungen eine nach oben projizierte Infektionswelle uns einfach verkauft haben. Das haben Sie in internen Papieren vorher so besprochen und haben es am Ende einfach durchgezogen. Der krasse Satz kommt jetzt aber hier. Die Diskussion, ob das chinesische Konzept der Isolierung von leichten Fällen außerhalb des Haushaltes auch in Deutschland denkbar wäre. Sie haben also ernsthaft darüber nachgedacht, ob man Infizierte zu Hause abholt. Das heißt, vielleicht hat es dich betroffen oder jemanden, den du kennst. Sie wären vorbeigekommen, hätten dich eingeladen in einen Transporter und hätten dich irgendwo hingebracht, um dich dort in ein Lager zu stecken und darauf zu warten, ob du gesund wirst oder einfach daran zugrunde gehst. Das Spannende ist jetzt, es ist jetzt hier nicht der Fall gewesen, dass es für die Politik undenkbar gewesen wäre. Denn nur das Robert-Koch-Institut hat hier zu Bedenken gegeben, dass es eine deutliche Einschränkung der Grundrechte bedeuten würde. Das war die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Die Politik, die hat dann am Ende nur entgegnet, da Deutschland nicht über das entsprechende Personal verfügt und auch keine entsprechenden Internierungslager vorhanden sind, wäre das schwer umsetzbar. Sie haben hier gesagt, entsprechende Orte, aber ein Ort, an dem man verbracht wird, unfreiwillig, um dort dann der Dinge auszuharren, bis man dann wieder entlassen werden kann oder eben nicht, das sind keine Orte, das sind Internierungslager. Und das ist wirklich bezeichnend, dass es hier am Ende einfach nur der Grund war, naja, wir haben sie leider nicht, die Lager und auch nicht das Personal. Ansonsten muss man inzwischen konstatieren, hätte die Politik vermutlich sehr, sehr gerne die ganzen Infizierten abgeholt, in Lager gesteckt, am besten dann noch Nummern verteilt, so wie wir das kennen, wenn wir uns ein ganz dunkles Kapitel unserer Geschichte anschauen. Es ist hier wirklich bezeichnet. Außerdem sind sie zu dem Schluss gekommen, eventuell wäre es aufgrund der aktuellen Fallzahlen schon zu spät, so eine Maßnahme durchzuführen. Das ist hier wirklich ein Schlag ins Gesicht von dir und von mir. Ihr wisst es ja, ich bin geimpft. Viele, die hier zuschauen, sind nicht geimpft. Das ist eine andere Diskussion, aber es geht jetzt hier darum, dass die häusliche Isolation, so wie wir sie quasi praktiziert haben und so, wie sie auch bei jeder normalen anderen Krankheit praktiziert wird. Das ist ja nichts Neues. Also, wenn ich weiß, ich habe Influenza, ich habe richtige Grippe, dann bin ich auch eher zu Hause und isoliere mich und gehe höchstens nur nochmal einkaufen oder lasse jemanden einkaufen. Aber, was sie immer unterstellt haben, dass die Deutschen immer alle nur krank zur Arbeit gehen, naja, kommt drauf an. Es gibt Leute, die können sich nicht erlauben, so oft krank zu sein, dann werden sie entlassen. Es gibt andere, die machen krank, natürlich, die gehen zum Arzt und sagen, der Finger tut weh, der Finger tut weh und der Finger tut weh oder der Kopf tut weh. Und dann gibt es welche, die dann mit leichten Grippesymptomen auch arbeiten gehen. Das ist so eine kleine deutsche Problematik. Aber sie haben ja in Masse unterstellt, alle Infizierten würden sich dann nicht isolieren und so weiter. Und völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Denn willkürlich festgelegte Grenzwerte, willkürlich festgelegte Vermehrungswerte bei den Tests, willkürlich festgelegte Regelungen, diese ganzen Masken, diese ganzen Masken im Freien, diese ganzen Abstandsregeln, AHA, AHA plus L, alles ausgedacht von der Politik. Nirgendwo gibt es eine wissenschaftliche Grundlage. Die einzige wissenschaftliche Grundlage, die wir haben, ist bei Masken in Innenräumen. Ja, okay, die haben wir. Aber das war auch nicht schwer zu erraten. Denn diese Atemschutzmasken, die FFP2-Masken, wurden bei SARS-CoV-1 benutzt. Und in der DGUV, bei der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung, dort gibt es Tragevorschriften, die Normen, die erfüllt werden müssen für Leute, die das tragen müssen. Ich bin gelernter Schlosser, habe ich schon mal erwähnt, falls der ein oder andere nicht gesehen hat, das Video. Das heißt, ich bin auch ausgebildeter Schweißer und Schweißer schweißen fast immer unter FFP2-Atemschutz oder höherwertigem Atemschutz kommt auf die Position des Schweißens an. Deswegen diese Maskendiskussion, sei mal dahingestellt. Viel schlimmer sind die Preise, die sie bezahlt haben für Masken, die wir nicht hatten, obwohl wir sie hätten eigentlich vorrätig haben müssen. Aber das waren die Betriebswirtschaftler, die unser Land in den Ruin gewirtschaftet haben. Jedes Lager in diesem Land wurde gestrichen. Bei Corona haben wir gesehen, was die Betriebswirtschaftler angerichtet haben. Die ganzen Produktionsketten, die ganzen Bänder, alles ist auseinandergerissen, nichts hat mehr funktioniert. Die Wirtschaft, sie war wirklich am Rande des Kollaps. Und was haben sie gelernt? Dass sie jetzt ein halbes Prozentpunkt Rendite dafür opfern, dass sie resilienter werden in ihrer Produktion. Die wenigsten machen das. Wenn wir uns mal überlegen, dass es gibt Autohersteller, solange sie noch Autos herstellen, die haben für noch nicht mal 48 Stunden die Teile auf Lager und der Aufbau eines 10-Tage-Lagers würde Millionen oder gar Milliarden kosten. Und da sage ich nur, ja, aber das Geld habt ihr in der Vergangenheit gespart. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr eben damit leben. Und hier kommen wir wieder zum Beispiel an die Kurzarbeitergeldregelung, dass es nicht sein kann, dass wenn bei VW die Lieferketten reißen. Das heißt, es kommen jetzt wieder irgendwelche Motoren nicht, zuletzt aus der Schweiz, weil dort ein Werk abgesoffen ist. Für das Absaufen des Werkes kann VW nichts. Aber VW könnte was dafür, dass sie statt nur zwei Tage Motoren auf Lager haben, sie eben 10 oder 14 Tage auf Lager hätten. Aber diese ganzen Kosten haben die BWLer aus dem System gestrichen. Und wir erleben heute die katastrophalen Folgen davon. Corona hat ja nur mit dem Brennglas eine Situation verschärft, die sowieso schon da war. Aber dass sie uns in Internierungslager stecken wollten, das schlägt jetzt wirklich den Fass, den Boden aus, um sich dann am Ende auch noch darauf zu berufen, dass es hier eine zentrale Rolle gespielt hat, dass es diese zentrale Isolierung gegeben hat. Beziehungsweise in Australien hat man auch Internierungslager errichtet und dort gab es einen ähnlichen Rückgang der Fallzahlen. Wir können eines mit Sicherheit festhalten. Gebt Politikern niemals Macht und schon gar nicht Macht in einer Pandemie. Denn sie drehen alle durch. Sie werden völlig wahnsinnig. Das Problem, was wir jetzt haben, die Aktuellen wollen nicht damit aufräumen, wollen nicht damit aufklären, was sie verbrochen haben. Dabei wird eine Pandemie zumindestens zu meinen Lebzeiten definitiv nochmal stattfinden. Ihr müsst ja nur mal zurückdenken. Die große spanische Grippe, das war auch erst vor 100 Jahren. Es gab Leute, die haben beides erlebt. Deswegen, dass die Pandemien jetzt hier alle völlig vorüber sind. Mitnichten. Die Frage ist nur, ist es eine Pandemie oder eine Plandemie? Bei so manchen Sachen wissen wir, dass theoretisch nachgeholfen werden hätte sein müssen, damit es überhaupt funktioniert. Genauso wie die Regierung ganz früh die Annahme hatte, dass Corona aus dem chinesischen Labor kommt. Man hat es dann allerdings, wie so vieles, einfach vertuscht. Und, Herr Lauterbach, Herr Spahn, ich habe euch angezeigt vor über zwei Wochen und habe bis heute keine Mitteilung der Polizei Berlin, ob es denn, also was denn los ist. Also, ich habe zwar eine Eingangsbestätigung, aber ob das auch am anderen Ende des Bildschirms angekommen ist, kann ich euch nicht sagen. Ich bleibe allerdings dran, denn es ist jetzt irgendwann wirklich das Maß voll. Das Maß ist überschritten. Alleine die Diskussion der Unterbringung in Internierungslagern ist ja in meinen Augen schon die Vorbereitung der Straftat, der Freiheitsberaubung von hier sehr, sehr vielen Menschen. Wie siehst du das Ganze? Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram. Bald haben wir es geschafft mit den 100.000 und damit sage ich ciao. Bis bald.